Hallo liebe Nation, hier ist der Oliver, du auch hier, Mensch, Alter, wir genießen hier die schöne Sonne auf unserer Open-Air-Wiese, genau, auf unserer neuen Wiese, ja, die ist ja neu, wir haben viel mehr Platz dieses Jahr für supergeile Bands und ihr glaubt es kaum, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, oh, geil, ja genau, da könnt ihr unsere Videos sehen vom letzten Jahr und natürlich die neuen auch für dieses Jahr, denn so nach und nach, Genau, neue Interviews und auch die alten Interviews und all die Sachen, die nichts geworden sind, wo wir uns kaputt gelacht haben, alles mit drauf, voll geil, ja, ich hoffe, ihr guckt euch das mal an, wir freuen uns, jo, ciao